hier muss auch was sein schornstein ist kaputt gegangen ich hab völlig vergessen was überhaupt meine mission war sieht genauso aus wie im Neon District dass ich nicht noch diese Namen merken kann sieht genauso aus wie im Neon District hier genau diese Stelle ich hab keine Ahnung was das für einen Sinn hatte dass ich das kaputt gemacht habe hört auf zu nerven ja die tauchen einfach so auf hier ist eigentlich nicht nötig doch das ist nötig weil von hinten noch mehr auftauchen komm mal her mein kleiner ich vergesse ihn wieder auch nicht kleine Massage darauf wartet man die ganze Zeit im Spiel dass man diese dämlichen Trucks kaputt machen kann ich erinnere mich noch als ich den Kasten bewachen musste von allen Seiten den Kasten haben ich will doch mal auf der Job muss so gut bezahlt sein noch ein Truck gleich mal demolieren zurück in die Däckschlein ich hab's geschafft ich hab's geschafft noch mehr noch mehr nein wo sind meine 500 Erfahrungspunkte bitte ich bin zweifelt dass sie noch auf die 12.000 kommen für das Upgrade für meinen Blitzschlag oh viel zu hell blenden schon die Augen oh oh Und ich habe einen Gas-Basen gelegt. 41 Sekunden. Diese zwei Psychos wurden sich für einen anderen gemacht. Ja, sie sind Freak, glaube ich. Aber wenn Kessler das in der Stadt mit seinem Toxin erfolgt, könnte er die Kontrolle von jeder Person hier noch hier nehmen. Und sie hinter dir. 18 Sekunden. Ich glaube, er wird versuchen, es mit dem Bologen zu beenden. Gehen wir zum alten Blüten-Kanon-Bilding. Muss ich? Ich will eigentlich noch ein paar Blast-Shots sammeln. Ich habe hier ein paar gesehen. Ein paar Ingenieure haben gerade eine Power-Line von dem historischen Distrikt zurück in die Neon. Es sollte es leichter machen, um ihn zu gehen. Das ist ein Blast-Shot? Nope. Diesen Ort werden wir noch besuchen. Habe ich schon, glaube ich, damals schon erwähnt. Ist ja nicht so wild, wenn ich es nochmal erwähne. Noch ein Blast-Shot. Oh, eine Menge Evil-Missions. Genau vier Stück. Machen wir erstmal die Minions oder Satellite-Uplink. Minions. Ups. Ja, ich habe aus Versehen die Markierung für den einen Blast-Shot weggemacht. Egal, ich weiß, wo der ist. Der ist genau hier. Da oben ist der. Was für ein Zufall. Das passt sogar perfekt. Endlich mal ist das Glück auf meiner Seite. So, da wir hier schon sind, machen wir die Evil-Side-Mission später. Satellite-Uplink. Oh, sorry. Let's give him hell! Oh, das habe ich was für sie weggekommen. Ein paar ersten Sons haben meine Medikationen genommen. Sie riefen über diesen Weg. Wahrscheinlich haben sie bei der Potsdamer. Wir haben nur noch einen Blast-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot. Der sieht ganz bestimmt nicht aus wie ein Zahn. Oh, oh. Na, komm mal her. Na, 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 na. Ein bisschen frittieren. Oh, ich habe alle... Nein, einer läuft weg! Ich muss den aufhalten. Ach, nicht so weit weg laufen. Bleib hier! Ich wurde wieder von Üs und Scheiß aufgehalten. Ich möchte nur gut gehen. Von diesem... Bäh! Das gibt's doch nicht! Die Schmiedle-Macher hätten sich das... Hätten doch ein bisschen mehr Zeit investieren können, um solche Fehler... auszumängeln. Rauszubauen. Rauszuhauen. Utility-EMT. Thanks. Ganz klar, schwarzes Bild. Weiter geht's. Oh, da hinten ist noch ein Blast-Shot. Diese Leute regen mich auf. Wieso machen... Sie nicht diesen Hap-Pork ein? Reparieren sie nicht den Hap-Pork? Das Problem habe ich schon seit Anfang an. Von Anfang an. Seit Anfang an. Ich habe sogar jetzt Probleme, das richtig auszusprechen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das Ding ist auch teuer. Da ist ja auch nicht so wild. Dann kann ich jetzt so lang... Let's Plays von Oldschool-Spielen machen. Und nicht New-Gen. Wieso ist hier auf einmal so ein Teil? Achso, Satellite Uplink. Ah, das mache ich gleich. Ich dachte nur vorhin, das wäre Satellite Uplink. Sascha. Äh... Kein Problem. Wenn sie schon so nett ist und mir ein paar mitbringt. Ja... Ja, die sollen aber nicht den Weg blockieren. Meine Güte. Ja, sehr schön. Der läuft genau ins Kreuz vor euch. Ja, ich sterbe sogar jetzt. Das reicht mir. Sollen die doch alle hier sterben. Sascha hat wirklich Mist gebaut mit den Angeheulten. Na, na, na. Wollen wir nicht sterben. Das sind viel zu viele. Die sind schon alle tot. Ach, die liegen alle am Boden. Oh, ich kriege immer mehr Leute von Satellite. Sie hat auch nicht so viel Mist gebaut. Oh, hat er drückwärts halt so gemacht. Ich brauche auch keine Power. 41%? Das ist viel zu langsam. Ich brauche noch mehr. Ich brauche viel, viel mehr. Ja. Satellite ablenken. Wo bist du? Alter Schwede! Wie soll man nicht nerven? Konnte Sascha mir nicht ein paar ihrer Lakaien schicken? Ich habe Satelliten gehört, wo ist der? Dead Drop! Dead Drop! Dead Drop! Dead Drop! Is anyone over there listening to these drops? It's been two weeks since I've had any contact with the agents. The stuff I'm seeing is a million times worse than what we expected. Animals with superpowers. People moving things with their minds. You can't expect me to handle all of this all on my own. Hmm. Jetzt die Frage. Wo wird der nächste Uplink sein? Wie es aussieht da hinten. Oh, das ist gemein. Genau in den Rücken schießen, aber dann noch in den Kopf. Ich pumpe mich übrigens mal auf. Okay, lass mal sehen. Wo wird der nächste Uplink sein? Ist wahrscheinlich... Ja. Jupp. Zwölf Sekunden. Da unten ist ein Blast Shard. Nein. Nein. Viel zu empfindlich. Wow. Oh. Wo? Das ist doch ein Witz. Wie soll ich bitte da hochkommen in diesen paar Sekunden? Oh, da muss mir weniger Fall. Die Markierung ist weg. Na? Na, komm schon. Ah. Da hin. Die Gier. Die Gier und der Idiot Cole, der sich nirgends so ranhängen will. Der, der sich überall ranhängt, dass er... Oh, da ist ein Haufenblechsscham. Und dann auf ein neues. Das Ding hole ich mir später. Ich hab mir gesagt, das Ding hole ich mir später. Wow. Ah, Mist. Das... Das war... Das war nicht cool. Komm schon. Bats! Aua! Ich werde in die Luft fliegen. Nein! Kaul. 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 Dicht... Ja, ich weiß es. Abstehen. Da! Auch im hohen Bereich gelandet, ey. Das war Glück. Oh, das will ich mir niemals versuchen. Hm, okay. Komisch. Das funktioniert. So. Ach, schade. Ich wollte eigentlich zurück, um mir das zu holen. Egal, das können wir auch später holen. Elt... Eltrain? Wäre doch im Spanischen anders geschrieben. Mobile Prison. Photographer. Ja, gehen wir zum Photographer. Das ist hier vorne. Oh, hier ist auch Immobilist. Schade. Ah, schade. Wer will jetzt nerven, oder? Wer nervt denn jetzt? Mobile Prison? Ah, ich hab'n Raketen-Breffe abbekommen bestimmt. Oh nee, das war'n Handgranate. Die kannst du behalten. Hier, ich schenk dir noch meine. Oh, das ist so'n Cypher wieder. Moderate Lead Damage. Nee, 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 nee. Ich hasse diese Dinger. Das mach' ich so anders. Alter, wo kommt... Sehr schön, Cole, sehr schön. Sehr schön. Dämlicher Lack-Affel. Springt da, anstatt zu schlagen. Bleib liegen. Was, wie weit weg ist denn der? Wundert mich nicht. Ich hab' viel zu lang gebraucht. Hey! Hör auf damit! Ach. Nee, 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 nee. Ich brauch' mal kurz'n bisschen Power. Mach' ich nicht, Cole. Also echt, ey, wie viel tauchen denn hier auf? Sind wir hier auf dem Floh-Mark? Na, komm' schon. Hä? Hä? Komm' schon, geh' kaputt! Geht doch. Ich hab' gar nicht drauf geachtet, wie viel auf dem Radar da unten sind. Na, gleich hinter mir ist eins. Ohohoho. Hinter mir ist aber mehr als nur die eine Mission. Die muss ich anders besiegen. Hier muss ich anders besiegen. Oh, haben wir nur ein bisschen... ...Power. Energie. Nein! Ich... Ich hab'... Jetzt gibt's doch nicht so ne hässlinge Kombination. Das war ganz cool. Vielen Dank.